Ausrückieren und Kontrollübernehmen. Feinde der Antriebsgeschichte. Wir nehmen Behalts. Der Feind hat Cäsar. Ja, was ist das so gerade? Die fühle ich ja noch gar nicht. Der Obert Cäsar. Werter abgeriegelt. Wir verlieren viel Werter. Irgendwie eine neue Karte. Mhm. Die Aufklärung ist nicht nach Spiel. Feindkontakt bei Anton. Feindkontakt bei Anton. Der Feind nimmt A ein. Der Feind nimmt B ein. Aber die ist klein. Alter. Der Feind ist in der Luft. Den Zielbereich schützt. Der Feind ist in der Luft. Mhm. Oh, komm. Und schon flieg ich raus. Was sind jetzt drei Feindleuten da? Ach, die Schande. Ja. Und schon flieg ich raus. Ach, die Schande. Untertitelung des ZDF, 2020